Untertreffer zählt nicht. Untertreffer zählt nicht wegen eines Handspiels. Von ihm, von Neymar. Heftige Prozesse. Neymar zeigt an, beim Torrichter erhielt er den Ball. Mit der Schulter. Nur berührt und nicht mit der Hand. Die Falke von Jordi Alba. Und jetzt kommt die Situation. Er köpft sich den Ball an den Arm. Oder an die Hand hier. Aber das ist kein absichtliches Handspiel.